Und ab in Level 2. Ähm, die Levels haben, soweit ich weiß, Custom-Namen. Aber, ähm, die werden hier jetzt nicht angezeigt. Und zwar, ja, haben die das wohl einfach noch nicht gemacht oder gewusst, wie es geht, dass die auch hier angezeigt werden. Und von dem her kann ich sie nicht am Anfang des Levels vorlesen. Macht Sinn. Aber ich kann sie ins Video packen, also, äh, oder in den Videotitel, meine ich. Von dem her passt das ja eigentlich. Wir haben gerade einmal 66 Gegner. Ne, 51. Hä, wie komme ich auf 66? Muss mich wohl irgendwo verguckt haben. Das ist, wenn man mehrere Sachen auf einmal macht. Ich glaube, mein Leben ging kurz auf 66 unter Freund. Deswegen habe ich es, glaube ich, ach, keine Ahnung. Ich habe irgendwas verwechselt, ist ja nicht so schlimm. So, jetzt haben wir mal was haben hier. Ich bin schon für den Typ zuerst weg. Die machen den meisten Schaden. Aber hei, 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 ey. Es setzt mir hier ganz schön zu, alles. Die Monster sind relativ, äh, fies gesetzt. Okay, kann man hier irgendwas machen, weil hier so, äh, der Boden anders ist. Hm, man kann, glaube ich, nix tun. Das hier würde ich gerne runterbekommen, irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Okay, hier geht es nicht weiter. Eine Sackgasse. Zumindest. Ja, ne, man kann es auch nicht aufschießen. Hier leuchtet es. Macht aber nicht zufälligerweise irgendwas auf. Es wäre sehr sozial. Okay, das ist eigentlich offensichtlich, dass hier irgendwas sein muss. Weil hier die Textur schon so anders ist. Hier muss was sein. Nur wie macht man das jetzt auch auf, ey? Ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich hier oben noch irgendwas. Aktiviert oder so. Das hier ist einfach nur ein Pfosten. Hm. Das ist jetzt natürlich ganz schön tricky. Aber wir kommen hier ja noch durch. Ich sollte die Schrorenflinte nehmen, weil ich sehr viel Munition dafür habe. Ich sollte mich nach Leben umschauen. Da ist schon mal ein bisschen was. So, dann komm her. Dankeschön, dass du zu mir gekommen bist. Sehr nett von dir. So, hier sieht es schon ein bisschen höllischer aus. Ah, hier können wir noch weiter gehen. Was haben wir hier jetzt? Feines Schotwint-Typ, der schnell weg muss. Und dann den Imp. Ähm, dich mal hinweg. Du hast kein Recht darauf, am Leben zu bleiben. Jetzt können wir hier ein bisschen draußen rumlaufen. Ist auch sehr nett. Dann können wir hier doch bestimmt hoch. Genau, wunderbar. Ab jetzt sind wir unsichtbar. Kann man hier rein noch oder irgendwas machen? Nee. Ach, verdammt. So, jetzt. Hm, ich gehe mal in den hier. Ah, okay, die führen beide zum selben. Okay. Habe ich mir eigentlich schon fast gedacht. Ich hätte jetzt nur eher vermutet, dass vielleicht einer direkt vor Monstern stehen bleibt oder so. Und dass der andere eine bessere Position gibt, sodass man immer noch so eine Art 50-50 Chance hätte. Ich meine, wenn schon zwei Teleporter-Aufzüge natürlich da sind. Dann haben wir die Kettensäge. Die ist meine. So, jetzt haben wir irgendwas aktiviert. Aber fragt mich nicht was. Hier ist nix mehr. Nee. Ah, da geht's hoch. Ich will mal ganz kurz gucken. Vielleicht ist hier noch irgendwas jetzt aktiviert worden. Nee, nee. Hm, dann würde es wohl oder übel nach oben gehen. Dann mal gucken, wo jetzt hier irgendetwas anders ist. Vielleicht draußen. Hm. Ich sehe hier noch nichts, aber... Okay, wir waren jetzt auch nicht mehr überall, seitdem wir den Schalter aktiviert haben. Es kann jetzt überall irgendwas passiert sein. Ich denke mal, wir müssen es einfach mal rausfinden. Was war hier nochmal? Von hier kommen wir, oder? Nee, das ist das Exit. Lol. Wir haben ja schon alle Gegner. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, wir haben kein einziges Secret. Vielleicht soll ich nochmal rausgehen und gucken, ob ich das hinbekommen, dass ich das irgendwie runterkriege. Aber ich glaube... Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, oder? Also es geht auf jeden Fall schon mal nicht einfach runter. Egal von welcher Seite. Ah, aber da hinten ist was. Ach so, man kommt hier nur jetzt durch. Na okay, immerhin ein Sieg. Ah! Also, ich will mich mal nicht beschweren. Eine BFG ist schon ganz schön nett. Das ist zwar das nicht runtergegangen oder so, aber... Ganz ehrlich, eine BFG, also ich kann nicht klagen. Ich hätte das zwar echt gerne, aber nicht weiter schlimm. Ja, und da war auch schon Level 2 beendet. Wir haben direkt ein BFG bekommen. Ab jetzt kann sich uns nichts mehr in den Weg stellen, glaube ich. Dann sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.